Hallo zusammen, heute gibt es den absoluten Mega XXL Süßigkeiten Haul hier vor idyllischer Gartenlandschaft direkt aus Beckum. Ich war im Mega Günstig Superschnäppchen und einfach überall wo man günstig einkaufen kann. Ich habe 23,50 Euro ausgegeben und das Ergebnis sehen wir jetzt gleich zusammen in den Tüten. Es ist wieder einiges geiles dabei. Es sind internationale Süßigkeiten, Süßigkeiten die ihr vielleicht woanders her kennt oder gar nicht kennt. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir legen los mit den allseits beliebten Pringels. Wir haben hier die tollen Emmentaler Pringels, die ich glaube ich hatte schon mal vorgestellt. Ich weiß es nicht. Die sind supergeil, die schmecken so richtig nach Schweizer Käse. Sind der absolute Burner. Die Emmentaler Pringels und ihr wisst es, meine absolute Lieblingssorte von Pringels sind die Extra Sorten, weil die Extra wirklich extra geilen Geschmack haben. Hier haben wir Saucy Barbecue nennt sich das Ganze. Die sind nur vegetarisch und übrigens nicht vegan. Vielleicht auch nicht mal das. Auf jeden Fall leider nichts für Vegetarier. Das sind auch richtig, richtig, richtig geile Pringels. Und meine Alltime Favorites durften natürlich auch nicht fehlen. Die kennt ihr auch, die Extra Nacho Cheese. Und Salt & Vinegar. Wisst ihr, warum ich Salt & Vinegar so liebe? Weil es die Zunge so herrlich betorbt und es einfach so geil, geil schmeckt. Oder? Also wer Salt & Vinegar mag, wird mich verstehen. Das mag nicht jeder. Ich liebe Salz und Essig. Das habe ich noch mitgenommen aus meinem England-Trip vor 100 Jahren, wo ich dann mal auf einer Schülerreise war. Da gab es immer Salt & Vinegar Chips zum Frühstück beziehungsweise als Snack mit in die Schule. Das war ganz lecker. Im mega günstigen Beckum. Der heißt wirklich mega günstig. Das ist ein mega Laden. Wenn ihr mal am Beckum vorbeikommt, fahrt an A2 ab, Autobahnausfahrt und fahrt in mega günstig. Die haben auch Samstags auf. Dann gibt es so exotische Süßigkeiten und Getränke wie die Sherry Vanilla, äh, was ist das? Pepsi Sherry Vanilla. Guckt euch mal die Dose an. Die sieht doch wirklich Hammer aus, oder? Richtig, richtig geil. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Da kriegt man garantiert einen absoluten Zuckerschock. Aber ich freue mich drauf. Richtig, richtig lecker. Auch aus dem mega günstig habe ich hier diese leckeren Törtchen-Küchlein. Ich weiß nicht, Yes Torti, was das sein mag, vergleichbar. Die kommen übrigens, aus welchem Land kommen die? Die kommen tatsächlich aus Mazedonien. Also deswegen auch international. Mazedonische, Yes Torti, Milka Tender. Irgendwas ganz, ganz lecker. Ähm, und da wieder was aus dem deutschen Landen. Das weiße Chicks in Mini. Ich habe das jetzt noch nicht so häufig gesehen. Habe ich auch mal gekauft. War auch ein mega Schnäppchen. Das ist gar nicht wie teuer. Das war, das ist einfach alles günstig. Ich meine, das war billig. Exotische Getränke habe ich dort auch entdeckt. Birch Water. Könnt ihr das übersetzen? Das ist, äh, ja, ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Das ist Birkenwasser. Das ist tatsächlich Birkenwasser. Das muss noch in den Kühlschrank. Das hat nur 10 Kalorien und ist ja das absolut mega gehypteste, ähm, Wellnessgetränk des Jahres, glaube ich, ne? Birkenwasser. Irgendwie eine super Wunderformel. Keine Ahnung. Man wird da wahrscheinlich 20 Jahre jünger durch. Aber auf jeden Fall empfehlenswert. Birkenwasser. Die hab ich dir in Weckung von einer guten Freundin geschenkt bekommen. Kennt ihr die? Diese Bonbons? Die kann ich früher noch als Lutscher. Diese Bonbons, wo so schöne, lustige Symbole drauf sind. Die kann ich als Lutscher. Die sehen richtig süß aus, ne? Rocks Bonbons. Also die sehen echt richtig schnuckelig aus. Die erste Tüte ist schon leer. Juchu. Toll ist die zweite Tüte auch wieder mit ganz tollen Überraschungen hier. Was habe ich da entdeckt? Wieder mal Haribo International. Oder gibt's die auch in Deutschland? Ne, ich glaube nicht. Charmellos Fruity heißen die. Charmellos Fruity. Und das sind tatsächlich Marshmallows mit irgendeiner flüssigen Füllung. Mega abartig geil, oder? Sieht man nämlich hier oben drauf. Der Marshmallow hat da irgendwas reingefüllt. Da sieht es richtig, richtig, richtig lecker aus. Himbeere ist das, glaube ich. Und nein, die gibt es nicht in Deutschland, sonst wäre irgendwas auf Deutsch drauf. Also abgefahren international. Die Dinger, wenn ihr die irgendwo seht, kauft die, kauft die, kauft die. Die Space Raiders. Ja, die sehen aus wie ganz normale Pommes, so ein bisschen so im Style. Aber die schmecken abartig geil. Die haben so ein Rocket Curry Ketchup, steht drauf. Die haben so einen mega leckeren Curry Ketchup Geschmack, der wirklich einzigartig ist. Die kann ich nur empfehlen. Absolut genial. Hier noch was. Nicht aus dem mega günstig, aber aus dem super Schnäppchen. Ja, bei uns im Beckum haben die Schnäppchenläden coole Namen. Mega günstig, super Schnäppchen. So tobt das Dorf. Richtig geil. Und die haben nur 99 Cent gekostet und die fand ich auch ganz geil. Da guckt man die Mammut Cookies Duo Filling. Abgefahren, oder? Also das musste ich einfach zuschlagen. Sieht auf jeden Fall mega lecker aus. Habe ich noch nie entdeckt. Aus dem mega günstig. Wieder die Heinz Bolognese Soße für nur einen unglaublichen Euro. Richtig geil. 300 Gramm sind das und ich werde die mal zu Hause testen. Ich liebe ja Bolognese aus dem Glas. Dann haben wir nochmal das Birkenwasser. Habe ich mir gleich zweimal gegönnt. Und Nussini noch aus dem super Schnäppchen für 1,79 Euro. Die gab es allerdings auch billiger in mega günstig. Habe ich mich geärgert. Ich war zuerst im super Schnäppchen dann in mega günstig. Ich hätte zuerst in eine mega günstig gehen sollen. Denn, ach, die habe ich auch noch aus dem super Schnäppchen. Und hier nochmal Milka. Ihr wisst, ich liebe Milka die Schokominis. Die sind außer die Prinz Minis. Richtig, richtig lecker. Die Kekse. Also das sind eigentlich meine Lieblings-Kekse in Mini-Verpackung ever. Weil es schmeckt einfach geil. Mit der Milchcreme, mit dem krossen Keks unten drunter. Und der Schokolade oben drauf. Hammer. Mag ich. Ja, weil ich so ein guter Kunde bin, glaube ich mal, habe ich sogar noch aus dem super Schnäppchen diese Kräuterbonbons geschenkt bekommen. 13 Kräuter. Vielleicht ist es sogar gesund. Was für die Stimme, sage ich mal. Kann nicht schaden. Als nächstes und als letztes großes Highlight nochmal aus dem mega günstig. Das sind Peanut Waffer Balls. Also Erdnuss Waffel Bällchen. Ich bin gespannt, ob die mit Nougat gefüllt sind oder mit Erdnusscreme. Ich weiß es nicht. Die kommen auf jeden Fall aus welchem Land. Ach, da steht sogar Deutsch drauf. Aber ich meine, ich habe in Dacktästi eigentlich doch. Das Original kommt aus Polen. Also wirklich international. Wir haben Mazedonien und Polen dabei. Wir haben, glaube ich, USA Pringles dabei. Und verschiedene Länder. Es war ein richtig spannender, geiler Einkauf heute für 23,50 Euro. Habe ich mir gegönnt. Muss auch mal sein. Es werden sich wahrscheinlich meine Arbeitskollegen freuen über die ganzen Süßigkeiten. Wenn ich das alles esse, dann kann ich auch zurück nach Hamburg rollen. Und ja, das war es schon zu dem Haul. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben. Kommentiert, was ihr besonders spannend findet an den Produkten. Was interessiert euch da am meisten. Abonniert den Kanal. Teilt es weiter. Und ihr wisst, FAQ-Video steht noch aus. Ihr könnt noch Fragen unter dem Video stellen. Also unten drunter Fragen stellen. Daumen nach oben. Abonnieren. Und ich sage bis dann. Tschüss. . So. Schuss! Vielen Dank.